Von vorne. Vor acht Wochen treffen wir Franziska. Die 40-jährige Mutter kämpft schon seit langem mit ihrem Gewicht. Mittlerweile bringt sie 111 Kilo auf die Waage. Ich möchte abnehmen, um fit und gesund durchs Leben zu gehen. Um abzunehmen, habe ich eigentlich schon einiges ausprobiert. Und zwar zum Beispiel die Stoffwechsel-Diät und Low-Carb, Kalorien zählen, abends nichts essen. Aber keine Diät hat etwas gebracht. Kein Wunder, sagt Ernährungs-Acht Wochen sind rum. Wir stehen mit unserer Ernährungsexpertin Petra wieder auf der Matte. 111 Kilo wog Franzi vor ihrer Ernährungsumstellung. Und jetzt? Wow. Klasse. Wow, Respekt. Sieben Kilo sind weg. Das ist Wahnsinn. Ich fühle mich viel fitter als vorher. Die Ernährungsumstellung möchte ich...